BANG 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 BAMONUS BAMONUS BANG 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 BAMONUS BANG 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 BAMONUS BAMONUS So, wir haben immer noch Besuch von Robert Jakob, dem Sänger, Songwriter und... Lyrischen Talent. Lyrischen Talent, er kann jedes Instrument spielen. Und wir haben gerade schon erfahren, Robert hat zum Beispiel überhaupt kein Handy. Beziehungsweise nur ein altes, wo man nur telefonieren und SMS schreiben kann. In wie vielen Wochen ist dein Handy kaputt? das mikrofon seit drei monaten seit drei monaten ohnehin das ist schon eine sehr gute leistung weltverbesserer anscheinend scheint der kreativität nicht abzutun denn du hast jetzt bestimmt auch eine ganze menge heißer songs geschrieben euer kollege hat sogar meinen fairphone vorgestellt oder das haben wir mal vorgestellt das ist richtig robert zurück zur musik wer inspiriert dich mich inspirieren die die größen die die ganzen genres sozusagen mit geschaffen haben jimmy hundricks iggy pop prinz michael jackson die wirklich ihre musik selber machen also keine aus der aktuellen zeit so wenig weil du auch sagst dich stört die aktuelle entwicklung da ein bisschen warum ja die sache ist bei aktueller musik gerade elektronisch produzierter musik die natürlich nur von emotionslosen maschinen produziert wird also ich kann auch mal elektronische sachen hören kann ganz nett sein aber die gehen halt nur auf die körperlichen bedürfnisse des menschen ein weißt du die bass drum muss kicken die snare muss kicken das bringt die leute natürlich zum tanzen aber musik da steckt so viel mehr hinter so viel seele hinter dass da gerade emotionen und sowas wichtig sind gefühle werden verarbeitet in den ganzen klassikern die man aus der aus der musikwelt kennt und wie sollen sich unsere zukünftigen kinder damit identifizieren können wie schaffst es denn deine gefühle in deine songs zu transponieren das liegt in meiner natur glaube ich und du hast auch mehr songs zu machen du bist dabei ein album zu produzieren ja ich habe jetzt 20 neue lieder ungefähr aufgenommen für ein paar fehlen noch der gesang und die muss ich nur noch mixen und du hast uns vorhin verraten sind ja und obwohl obwohl robert eigentlich mehr auf die ursprüngliche musik zurückgeht und gegen das merchandising oder die kapitalisierung der musik ist hattest du ja einem ganz ganz besonderen weltstar nämlich lady gaga einen song geschrieben erzähl doch einfach mal die geschichte sie ist einfach die ist einfach wundervoll die geschichte ist kurz ich habe den lieb geschickt und das haben die nicht genommen aber man muss erst mal ich habe glaube ich meine antwort gekriegt aber man muss erst mal den mut aufbringen an das management von lady gaga zu schreiben und was war das finden als song der hieß pop der hieß pop und jetzt macht ihr das album pop art ich glaube die hat mich auch wahrscheinlich hat auch unsere zuschauer haben ein paar fragen an dich und zwar schreibt maria das war das lady gaga ist schon beantwortet die hat nämlich gefragt du hast dir echt einen song geschickt ja wurde aber leider abgelehnt die zweite frage von lena ist hast du dir alle instrumente selbst beigebracht nein ich habe klavierunterricht gehabt seitdem ich acht jahre alt war für ein paar jahre da habe ich meine eltern hingeschickt und dann hatte ich da irgendwann keine lust mehr drauf auf die klassischen sachen und habe dann auch gitarrenunterricht gehabt was ist denn das große ziel wo möchtest du gerne mal hin erst einmal muss ich mein davon leben können und sonst natürlich grammys wenn da noch was wenn da dann noch echte musik am start ist und du hast ja auch gesagt du gehst nach london also du hast vor nach london zu gehen in der nächsten zeit wenn es in ein bis zwei jahren nichts wird ja weil dir im moment noch ein label fehlt du bist noch vertragslos unterwegs und wir haben das zuguckt genau richtig genau und der robert und der robert sucht auch noch einen schlagzeuger also falls es schlagzeuger im alter von 22 bis 25 jahren im raum nrw gibt die jetzt von roberts musik sich angesprochen meldet euch bei uns gerne bei uns melden genau ihr dürft keine fehler machen richtig das ist die einzige bedingung seit jung und macht keine fehler dann nimmt der robert euch auch danke dass du hier warst sehr hat sehr sehr viel spaß gemacht uns hat dein song sehr gefallen und du spielst ja gleich in der verabschiedung auch noch einen zweiten song richtig genau in der verabschiedung haben würde ich noch mal sehr gerne dankeschön dankeschön danke dir so Take a look at the ocean Wonder if there's something to Look so beautiful Like you were watching in the mirror I was walking right into it You're chasing me out of the water Didn't know how to breathe I walked up and I'm sinking deeper Oh, I'm gonna pull you into my heart You're brave enough to follow me Here I take a look at the ocean Here I take a look at the ocean I wonder, take a look at the ocean Wonder if there's something to Here I take a look at the ocean Here I take a look at the ocean I wonder, take a look at the ocean Wonder if there's something to find To find Look so beautiful Like I was watching in the mirror Didn't know how to breathe I was keeping on sinking deeper Kid gets wet Kid gets wet Feet later Sees on rock and knee Oh, I'm gonna pull you into my heart You're brave enough to follow me Here I take a look at the ocean Here I take a look at the ocean I wonder, take a look at the ocean Wonder if there's something to Here I take a look at the ocean Here I take a look at the ocean I wonder, take a look at the ocean Wonder if there's something to find Hey! 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 Hey!